Wer von euch Shisha-Rapper nannte sich King, alles aus jetzt, weil mein Mantel bestimmt, Gangster-Rap. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von YouTube. Also, nein, das ist die Mutter von uns. Dein Mönchengladbach. Ähm... Musikentform. Aha, das ist der Schammer noch nicht gut. Das war wirklich gut. Die Flicks gehen auf, wenn sie nicht so ziemlich gut hoch, aber wenn es mal so was sie schon sagt. Oh, sie haben uns gesetzt. Was macht weiter so? Au, sie freut sich darüber. 2.000 Abonnenten haben wir schon. Wir haben schon über 2.000 Abonnenten. Wir haben uns noch einen Skillfunk, was der erste eindrückte Dinges geben wäre. Und äh... Achso, das haben wir schon. Ups. Ähm... Sprach. Aber du kannst erst mal gucken, wenn anderes auf YouTube oder Xboxing-Videos. Oder... Schauen wir mal. Okay, gut. Wir müssen bald Just Now. Und ähm... Machen wir noch mal ein Video? Ich weiß nicht, wie gut ist das noch. Okay, gut. Da kann man noch 2 Videos theoretisch machen. Ähm... Ich würde mir aber an sich ein neues Video noch gerne... Ähm... 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 Neue Spielung. Ähm... Ah, bis das so weit ist. Und... Ach, hier. Ich mach das hier. Und... Dann werden wir mal sehen, was wir dann... Wie wir dann... Ähm... Machen. Ne? Kompaktress, Leute. Kompaktress, Leute. Ich hab schon 6-7 gemacht. Und was ich da auch jetzt mal einen Titel neu wählen. Ähm... Aber... Du schaltest die Aufnahme. Und das Titel jetzt hier schon, äh... Da können wir uns aussuchen. Und dann tanzen. Und du wirst nicht so schön. Diesmal ist es auch sonst jetzt falsch in der Trauma. Ähm... Ähm... Wir sind Profis. Wir sind Profis, Leute. Und weil wir Profis sind, können wir es ja auch perfekt zusammenschneiden. Das Interesse ist 20. Das ist... Ich hab wirklich rechtes Interesse. Wir müssen jetzt, äh... Hi, ich bin Nachbar. Ich will mir ein paar Spiele ausleihen. Ähm... Ähm... Wenn es zuerst gegeben hat, hier doch nicht, hat sich das Rückzugeben. Äh... Wenigstes Buch mal nicht im Internet. Wodurch, nur einige Abonnenten. Wir sind gerade bis 5% Abonnenten gewinnen. Da finde ich jetzt nicht, äh... So viel ausfreut mich. Aber es scheint, dass wir denn mal ein PC-Problem machen. Sollten wir den inzwischen mal was prüfen. Aha. Ja gut, dann, äh... Wuschte ich den PC-Problem auch? Kann ich nicht machen. Äh... Ich kann mein PC-Problem zu hören. Dann hätte ich den PC-Problem auch nicht von der App-Klasse nicht mehr. Aber es wäre das beste Interesse auf dem Handy von der App-Klasse. Hab ich schon. War ich jetzt so schnell? Aber jetzt ist das Spiel... Was hab ich doch gemacht. Was hab ich doch gemacht. Okay gut, ich check jetzt nicht, was jetzt hier los ist. Ich weiß genau... Scheinbar so jetzt den PC reparieren muss. Ich glaube ich weiß noch was ganz dazu möglich. Ähm... Und äh... Wie ihr seht uns dann gleich wieder. So Leute, äh... Es funktioniert jetzt. Wieder zum Glück, ähm... Dann... Absprache. Wir nehmen einen schönen Absprache. Und äh... Wir kaufen uns bei Amazing Online ein neues Spiel. Nicht nur kurz mal... Ähm... Gehen kurz schlafen und dann nochmal kurz essen. Äh... Das erste Preview machen wir jetzt hier. Ähm... Was uns natürlich, äh... Freuen wird. Das schauen wir noch mal jetzt auf dem Kalender. Äh... Prüfungsdatum. Ich hoffe, dass mal die Informationen... Und wir haben schon... Das haben wir noch gelernt. Äh... Äh... 31. Januar. Das ist äh... 8. Januar. Das heißt wir sollten noch einmal lernen gehen, denke ich. Äh... Aber es sind dann eine Art der Preview machen. Denke ich nach... Äh... 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 Aber ich weiß eigentlich nicht, aber... Vielleicht müssen wir nur noch so... Schnell, 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 damit... Ähm... Coole Begrüßung. Kommt natürlich perfekt an. Äh... Ein lustiges Kommentar. Schön, ja. Auch schnell, ne? Versteht ja auch schnell. Ne? Du hast einen E-Serk gefunden. Äh... Ein singender Kommentar. Wir sind happy damit. Und ich singe Happy Birthday. Äh... Das ist beziehungsweise das einzige Bild, was ich singe kann. Äh... Wenn das herkommt... Das war's gerade eben. Ja, wir haben jetzt... Ne? Aber das ist ein E-Serk auch getan. Und... Pfff... Das ist natürlich feinlich. Oh, kacke. Ja... Dieser Zusammenschnitt wird echt scheiße. Dieser Zusammenschnitt wird echt scheiße. Ah... Ja... Das Interesse ist verdammt hoch. Das freut mich. Verladen wir es nochmal hoch. Gehen nochmal lernen. Gehen dann schlafen. Essen. Essen. Ah, gut. Das kann ich jetzt nicht machen. Aber das ist verdammt lang jetzt. Tatsächlich. Ähm... Wir nehmen nochmal ein Spiel aus. Und machen hier rüber ein geiles... Pen-Chain-Play. Um nochmal ein paar Anpacken zu verdienen. Ja! Auch aber zum Schluss zurück zu der Schule. Ähm... Ein wunderbarer Ort, um alles zu finden. Zu lernen. Um neue Aufgaben zu erfüllen. Ja, die Schule ist nicht die schönste Sache. Aber man muss dahin. Ähm... Ähm... Ja... Das... Habt mich ja nicht vor. Was hier für meine Warten ist? Nimm schnell. Dann essen wir nochmal kurz. Es lebt anhoch. Und es lebt ziemlich anhoch. Ehrlich gesagt. Äh... Sonne versorgen. Ähm... Schauen wir mal kurz hin. Sieht hier. Was schön ist. Es ist schon fertig. Aber... Das ist nicht fertig. Ähm... Muss ich jetzt nochmal kurz kurz etwas warten. Ja. Äh... Es ist schön zuzusehen, wie das jetzt hoch geht. Dann wie normal hier hin. Ja. Ich will auch so nur drauf. Nein, können wir nicht. Ah, wir können jetzt... Das Video hochladen. Noch ins Gameplay. Das, äh... Ich hab auf meinem ersten DLC. Ich kann nicht glauben, dass ich es jetzt nach dem YouTuber zum Bescheid bei Nachbar eines Videos anstellt. Ja, gut. Das... Ähm... War nicht so das Beste. Beim Hochladen. Das tatsächlich... Ähm... Ach, das war scheiße. Hehehe. Äh... Lass ihr in den Kommentaren... Äh... Scheiße, das... Ähm... Hm... Das Spiel... Äh... 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 Sprechung! Das hat bevor das Spiel startet... Sat... Ja... ...das ist wahrscheinlich doch einfach mal ein Kanal... Hm. Nicht so perfekt, aber... ... ...Auch nicht das Schlechteste... Ja... Wow, das ist wirklich... Das ist wirklich eine Schande. Einfach mal, obwohl ich wirklich eine lustige Kritik habe, eigentlich diese Mücken bringt mich auch. Arsch auf die Mutter. Arsch auf die Mutter. Sehr normal mit uns, ne? Das ist ja nur Segelentor. Schlafen. Essen. Vieles. Oh, wir werden ja nicht mehr. Oder ich habe jedenfalls nicht vor, mir noch viel länger zu bleiben. Denn ich möchte, wie möglich, dass das jetzt Arras ist. Und Arsch auf die Sache, alles kann. Schön akkribiert. Nochmal. Damit wissen wir eigentlich das nächste Video noch, mit 20.000 Euro. Das ist schön. Das Video kann uns vorher gehen, die Autos zu erhöhen. Oh, muss man 30 Dollar mitnehmen? So schlecht. Ähm. Ja, vor allem, dass das Video hochgeladen ist. Alleine Video ist noch gar nicht hochgeladen zu Ende. Und jetzt auch, ne? Äh. 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 Du startest die auch, na? Äh. 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 Oh. 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 Jo. Ich habe richtig geweckt, ne? Ich habe mich gerade noch, ne? Ich habe mich gestoppt. So. Kerbe. Also Abpassung. Das Spiel ist, ähm. Ja. Vielleicht. Das Spiel ist richtig scheiße. Oh. Oh. Äh. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Cool. Ich äußere auch ein bisschen. Natürlich kündig darüber, dass ihr eine harte Aufgabe bewältigt habt, wie wirklich schwierig war, ne? Äh. Äh. Und dass ihr kommentar seid. Ich habe mich nicht verlebt. Hey, ich glaube, das wird sowas nicht mal so schlecht werden. Ich habe nichts gesagt. 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 Oh, aber das ist so. Ja, das ist so. Alles tut mir gut. Äh. Äh. Du hast eine neue Video. Warte. Du hast eine neue Video-Karte, die ich freigeschaltet habe. Ja. Also von meinen Zuschauern bekommen. Ich hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen, meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Äh. Manche Konten, konnte ich das bei eigentlich jeder Veranstaltung. Ich musste einfach nur auf meinen Karte halten. Ja. Ja. Und das, äh. 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 Ja. Bloß, bevor das passiert, äh, die Mutter und sich den Computer wegnehmen, üben. Ich habe gehört, dass die Mutter uns den Computer wegnehmen kann, äh, wenn wir, äh, nicht da, äh, zur Schule gehen. Und äh, das heißt, wir müssen oft benutzen, was wir zur Schule gehen sollen. So, wir werden weg und unsere YouTube-Karriere ist am Ende. Ich glaube, ich sollte ja ein Gameplay-Video machen. Äh. Ja. Vor dem 30. Januar. Also der 25. Januar. Ach, ich soll jetzt vor dem 30. Januar. Ja. Alles klar. Dann ist's. Der Computer arbeitet. Der ist in Wanz. Der ist wieder geil. Moment, du hast gar nicht gegessen. Du hast gar nicht gegessen. Du hast gar nicht gegessen. Ich will, dass du isst. Aber jetzt noch mal was hier ist, einer mit hier zu schnitt. Nie da zu spät. Bass das jetzt gar nicht. Nimm. 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 Taktiker Ladebildschirm, confident, von der hier kommt ab. So ist hier der Riesen-Fan. Ich sehe weiter wir hier auch, dann der will das nur mehr so heißen wird, dass es in Hard-Aufgabe befällt. Signal kommt ab. Perfekt. Und es kommen ja auch immer mehr Videos dazu. Ladebildschirm, so klassischer kommt ab. So, finde ich perfekt, aber auch nicht so schlecht. Na gut. Das Video ist gar nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. So der, so schlecht. Wir lernen. Meist gesehen, 50.000 Klicks hat das Video. Und Abonnenten auch mal. Wir haben über 4.000, wir haben über 12.000 Abonnenten. So, dann kommen eigentlich die Belohnungen nach. So schnell wird es nicht. Am топ ج워 so genau nicht. Das wird ja aber auch vermischt. Das wollte ich sagen wie vorher noch mal gesehen, Zwei Systeme war noch abgeschlossen. Har Doch, ich habe schon gesagt, ja, wach, F euch alles genau unten anfangen. Aaaaaah. Das Small Star 7. Lens auf sie. Kann ich nichts anderes machen. Melten und Paolo, wenn ich nur auf energia 정도 gehen. Ja, ich kann da nur noch umgehen, das ist, äh, er verabredet, also wollte ich mir eigentlich neue Komponenten-Komponenten ansehen, äh, den PC aus dem Drüdoch auslösten, äh, ich hab doch noch was auslöstet, äh, dann der Punkt der A-Pay, ich kann mich jetzt nicht nachweisen, tut mir wirklich leid. Das ist wirklich ein vollere Einkauf, äh, krank und schwarz ist schon gar nicht mal so schlecht zu sagen, und die Mutter ist wieder wütend. Was? Wie ist das? Ich hab sogar, warte, ich hab den Test schon gespielt. Das wär ziemlich grüßig. Boah, was heißt grüß? Wär gar nicht. Boah, ich schau mal kurz nach, hier sieht man ja auch den Test schon, nein, aber, ich hab auch noch gar schon mal gelernt. Das ist, äh, das ist richtig glüßig. Jetzt muss ich hier die neue Erdkärme ausblösen. Hier ist das neue Mikrofon und das ist eine Rohenausgabe. Aber ich hab mich vergebildet, darum konnte ich ja diese Rinderbunte, äh, eh, die Teile, äh, ...weil zu fliegen, durchdachtest du die auch mit einer Tanzmann-Gefnissung. Okay, sehr gut. Schade, äh... ...was sehr gut, dass das Eishaus dahin gehört. Hm, episches Spiel. Nein, nein, ich wollte mich auch... Ja, ich wollte genau das nicht, ich wollte genau das nicht. Ja, das war aber, ich wollte... Perfekt. Mal sehen, wie wir es zusammen schneiden können. Ich glaube, es werden so oder so... Naja, ist egal, wie wir es machen. Egal, wie wir es machen, das ist eh nicht gut genug. Das ist, äh, schade. Das ist wirklich schade. Ach, das ist total... Oh, 300 Dollar. Das ist total aber schon. Philosophischer, der Grunton ist wirklich geil. Ach... 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 ...einig, ich hab die... Ich werde den philosophischen Kommentar hier abgeteilt. Und... Also, und noch andere Sachen auf dem hier... ...schade, äh... Übergang sind schwarzen und das passt. Äh... Wissen mit mir... Und... Ich glaube, ihr müsst zu essen sein. Nein, danke. Seht nicht so süß. So creepy. Komisch aus. Und... Und... Machen wir mal ein kleines Gameplay. Und jetzt hier nochmal die EXP raus. Und dann haben wir 15.000 Abonente auch schon geknackt. Ist das nicht? Ja, aber geil. Pfff... Jetzt haben wir noch ein bisschen so einen komischen Mittel-Teller-Typ. Und das Geld haben wir alles nur mit YouTube verdient. Darüber, ähm... Brauche ich mehr IPC nicht. Äh... IPC überhaupt. Jetzt können wir uns mal rein. Besserer PC kaufen lassen. Weil... Und besser... Ah, verdammt. Verdammt. Oder IPC ist noch leichter. Äh... Das ist, äh... Schade. So... Oh, wir sind richtig gut hier. Äh... Du hast die ganze Beute bekommen. Ratschlag. Ich fasse so gut. Damals ich... äh... Rademisch damit hinweist. Und wiederhin war es ziemlich praktisch, ne? Ein Samstag an der Spiel wird angezeigt. Am Spann. Perfekt. Was kann ich nicht? Kann ich nicht? Ich glaube, es ist besser, wenn keine Rote da sind, äh... anstatt dann... äh... schwarze. Und damit haben wir auch schon unseren neuen PC, den wir noch nicht benutzen. Wofür? 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 Möjabbat. Wofür? Wofür? Du... Wofür? 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 Vielen Dank.